Hallo zusammen! Ach ja, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich jetzt hier gerade bin und das hier wieder zurückgesprungen ist, aber draufgeschissen. Immerhin besser als das, was eben gerade passiert ist, denn ich war eben gerade wunderschöne 5 Minuten am Aufnehmen und auf einmal ist hier... Also es war schon ab Minute 2 oder so, voll am Blitzen und am Donnern und so. Und dann war der Strom weg. Ach ja. Äh, naja. Gut, dann hoffe ich mal, dass das hier jetzt alles mal so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und dann kann ich den ganzen Kram, Kladderadatsch, den ich eben gequatscht habe, jetzt nochmal labern. Und zwar ist das hier alles so ziemlich zwischen Tür und Angel, was ich mache, denn morgen schreiben wir eine Techn... Ne, Quatsch, nicht Techn... Matheklausur. Ähm, ja. Und... Da fährt wieder ein Auto vorbei, wie das in der letzten Aufnahme auch passiert ist. Ähm... Wo ist der jetzt hier das Kack da unten? Ähm... Ich bin gerade am überlegen, was ich sagen wollte. Ich weiß es nicht mehr. Ach, Fernseher mache ich jetzt auch nicht leiser. So, ähm... Genau, morgen Matheklausur. Und eigentlich wollte ich noch lernen. Aber ich habe letzte Woche irgendwann schon gesagt... Dienstag war das, glaube ich. Äh, vielleicht gibt es am Donnerstag Videos. Wenn es Donnerstags keine Videos gibt, dann erst am Montag wieder. Und heute aber Montag und ich habe immer noch nicht aufgenommen. Deswegen habe ich... Sitze ich jetzt hier und nehme hier gerade schnell was auf, damit ihr überhaupt was habt. Naja, gut, ich habe ja gestern so ein 10 Sekunden Video hochgeladen. Ähm... Ah, hier kann man nach unten, okay. So. Denn... Ähm... Wir möchten nach Fuchsania City. Because... Das ist nämlich eigentlich die Arena. Also in Fuchsania City gibt es die Arena, die wir eigentlich machen wollten. Also was heißt eigentlich machen wollten? Die eigentlich vor der Arena kam, die wir als letztes gemacht haben. Wo sind wir denn jetzt hier? Okay, Orania City. Dann müssen wir jetzt nach rechts und dann... Weil da unten... So... Südlich von uns... Äh... Da ist Fuchsania City und da möchten wir gerne hin. Ähm... Ähm... Ja, und dafür geben wir jetzt hier noch Rasheds. Gab es nicht irgendwo noch ein... Warte mal. Das habe ich mir in mein Hausaufgabenheft geschrieben und das liegt lustigerweise gerade neben mir. Ich habe mir nämlich auch geschrieben. Äh... Oh, schon ein bisschen länger her. Bisasam Azurias City und Shiggy in Orania City. Sind wir hier gerade in Orania City? Ich glaube schon. Deswegen würde ich sagen, suchen wir nach dem Shiggy. Was tut das? Wir sind sehr umweltbewusst. Wir haben gehört, dass Slimer sich mit giftigem Dreck wohlfühlt und entwickelt. Oder war die hier irgendwo in einem Haus? Also, Shiggy wäre halt schon sehr cool. Du bist... Hallo, Junne! Wie beißen die Fische? Ich habe noch gar nicht geangelt mit der geilen Angel. Ha! Ha! Wo warst du denn? Oder du? Du trägst den Donner und dann bist du ein guter Trainer. Ich habe ein Shiggy gefangen. Aber dieses Pokémon macht nur Dummheiten. Willst du dich um mein Shiggy kümmern? Ja. Yay! Wir haben das Shiggy. Das kann ich dann immer durchstreichen. Wo ist mein Stift? Das ging ja fix. So. Das heißt, wir müssen nur nach Azuria City, aber das ist irgendwo im Norden. Das mache ich mal beim nächsten Mal, wenn ich mehr Zeit habe. Äh, nee, ich wollte keinen... Wenn ich das jetzt beende, heißt das dann einfach, dass ich keinen Namen habe. Ups. Weg damit. Okay. Es ist nicht genug Platz für das Pokémon. Shiggy wurde mittels PC in Pokémon Box 1 transferiert. Okay, aber behandle mein Shiggy gut. Ja, es wird in der Box vergammeln. Äh, so, Pokédex. Das muss doch hier... Ich wollte gerade sagen, das muss hier irgendwann am Anfang sein. Äh, äh, äh. 50 Zentimeter groß, 9 Kilogramm. Dieses Pokémon jagt mit einem Wasserstrahl. Bei Gefahr zieht es sich in seinen Panzer zurück. Ihr eine kleine Schildkröte. Gut, dann... Ach, verpiss dich. Äh... Nach rechts müssen wir. Und dann nach unten. Ich bin da noch nicht lang gegangen. Meine Ohren tun gerade ein bisschen weh. Aber es könnte möglicherweise... Ich habe gerade Nasendusche gemacht. Möglicherweise. Ups. Wolltest du mir nicht noch irgendwas geben, wenn ich 30 Pokémon habe? Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eiske Hilfe. Wenn du mindestens 30 verschiedene Pokémon gefangen hast... Wir haben jetzt, glaube ich, 32 sogar. Habe ich ein Geschenk für dich. Detektor. Also, Jule. Hast du 30 unterschiedliche Pokémon gefangen? Ja. Super, du hast 32 verschiedene Pokémon gefangen. Einfach klasse. Hier, du hast dich... Ich muss niesen. Ich habe eigentlich die Nasendusche gemacht, damit ich nicht mehr niesen muss. Hast du redlich verdient. Was macht der denn? Auf dem Boden liegen oft Items, die man nicht sehen kann. Der Detektor spült Items in deiner Nähe auf. Allerdings ortet er nicht die exakte Position. Du musst dich gut umschauen. Wat? Nichts, der Detektor schlägt nicht an. Aha, okay, da muss man einfach... Ich denke mal, das wird dann im Bildschirm. Wenn das im Bildschirm ist, dann schlägt... Dann sagt der... Nö, hier ist weich. Aber hier habe ich ja schon alles... ...abgedrückt. So, jetzt müssen wir nach Süden. Südenpüdel! Wasser leitet Elektrizität. Greift Wasser-Pokémon mit Elektro-Tacken an. Punkt. Ausrufezeichen. Ha! Was ist hier drin? Hallo? Hallo, Jolle! Benutze die Superangeln allen Gewässern. Du kannst die verschiedensten Pokémon damit fangen. Gehe angeln, wann immer die Zeit ist erlaubt. Ja. Okay, wir können nach unten. Das ist sehr gut. Ich hatte schon ein bisschen Befürchtung, dass wir hier irgendwie Surfer haben müssen oder so. Oh! Da möchte ich gerne hin. Da liegt ein Lightning. Christoph! Ja, ja, ja. Ich war gerade... Ich war gerade... Ich habe gerade geguckt, wie lange ich noch habe. Man weiß nie, was der nächste Fang sein wird. Ach, der hat bestimmt hier... Was auf Pokémon und so... Sterndu und so weiter und Carpador und... Was nicht alle gibt. Ja. Was sonst? Dann hau mal rein, Lars. Ähm... Bügelschlag? Ach, genau. Und wie ist... Heute mal genau das passiert... Och, es kann Tackle! Boah! Ähm... Was mir heute ist, war das gleiche passiert wie mit einem Arbeitskollegen. Der hat nämlich auch mal Nasendusche gemacht und dann hat er sich nach vorne gebeugt. Also der war schon irgendwie zwei... Zwei... Äh... Äh... Zwei Stunden auf der Arbeit oder so. Dann hat er sich nach vorne gebeugt und dann lief ihm das Wasser noch aus der Nase. Hat sich irgendwie in den Nebenhöhlen gesammelt. Und genau das ist mir jetzt auch passiert. Ich habe... Ich habe den ganzen Strom ausgemacht von meinen Geräten hier. Und wollte dann gerade wieder anmachen und beugt mich nur noch vorne bei einem Flatsch. Also nicht Flatsch, sondern Tropf, Tropf, Tropf. War lustig. War halt nur Wasser, aber... Trotzdem war lustig. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen ekelhaft, aber... Es ist nur Salzwasser. Platscher... Hat keine Wirkung. Hat das überhaupt mal Wirkung? Warum nicht? Wir haben den Angler besiegt und wir kriegen jetzt ein super tolles Item. Oh, Lars entwickelt sich. Tauboss. Tauboss. Oder? Ist auch Tauboss. Das war jetzt Tauboga. Boah, mega episch. Tauboss. Pikachu hängt im Baum drinne. Pokédex. Oh Gott. Wie ist das? Da. Guck mal hier. Oh, 1,5 Meter. Das ist aber viel. 39,5 Kilogramm. Dieses Pokémon kann bis zu 2 Macht 2 schnell fliegen. Seine Klauen dienen ihm als exzellente Waffen. Du kannst keine weiteren... Habe ich irgendwas, was ich verbrutzeln kann? Irgendwas, bevor ich nur eins habe. Türöffner könnte ich mal wegschmeißen. Den Meisterwahl könnte ich mal wegschmeißen, ne? Komm, hier, X-Treffer. Es ist noch nicht an der Zeit, das zu benutzen. KW Plus kann ich doch benutzen. Für irgendwen. Hier, Dennis. Oder? Jo. Eisen. Ich glaube, das ist teuer. Ah, Pokémon. Christoph. Oh, nee, Christoph. So. Besitzt du einen Mondstein? Ja, das tue ich. Oder habe ich mal besessen. Ach, der kleine Pfadfinder da. Ein Nidoran. Level 29. Flügelstark. Aber ich hätte so gerne mal die Aufnahme gehört. Mit dem Gewitter und so. Aber leider geht die nicht. Aber ich habe mich nicht mehr gemischt, weil die halt nicht richtig abgeschlossen wurde. Schade. Das komische Pokémon sieht so komisch aus. Mein Auto. Oh, mein Auge. Ich habe irgendwas im Auge. Ich muss mal gleich gucken. Aua. Gucken, ob ich meine Pokémon durchtauschen muss. Aber ich glaube schon. Irgendwie Level 36 Lars. Klingt sehr hoch. Oh, guten Tag. Ja, will ich erst mal gucken, was da oben in dem Abteil ist. Nein, ich möchte die Aufnahme ein bisschen länger. Ähm. Ich hätte eigentlich voll Bock aufzunehmen, aber ich muss halt noch für diese Drecksmathe scheiße lernen. Dass sie jetzt die ganzen Klausuren auch alle auf einem Haufen schmalen, äh, auf einem Haufen schreiben müssen. Das haben die schon seit der Grundschule nicht gelernt. Ich habe in einer Höhle Carbon gefunden. Ach so. Ist das so? Ich glaube, das ist aber noch ein bisschen, bis ich in Gedönsstadt ankomme. Goldini, Goldini. Ach, komm. Flügenschlag und Masse. Ich bin noch mit dem Gedanken irgendwie am Spielen, dass ich am Wochenende vielleicht ein bisschen streame. Aber halt keinen normalen Stream, weil ich muss auch noch so ein komisches Speckstein-Ding fertig machen für die Schule. Und da bin ich echt noch nicht weit. Und das wollte ich... Das muss nächste Woche Donnerstag müssen... Ich kann ja gerade mal in meinem Hausaufgabenheft nachgucken. Das liegt da hier gerade neben mir. Ja. Das muss nächste Woche fällig sein. Ich muss mal gerade was trinken. Eieieiei. So. Nächste Woche muss er fertig sein. Nächste Woche Donnerstag. Normalerweise ist man da mit... Also muss man da rumfeilen und so und rumsägen. Ich habe mir aber überlegt, dass ich mir einfach den Dremel von meinem Vater schnappe. Und dass damit fällig war. Das ist nicht so aufwendig. Und man kann damit viel präziser arbeiten. Ähm. Ja. Ich habe sie vermasselt. Ach, komm. Immer weiter mit den Leuten. Kommen alle ran. Und meine Vogel-Pokémon wollen kämpfen. Auch mal was Neues. Äh. Ja. Und zwar ein Speckstein. Und ich möchte, wollte gerne ein Scrap da draus machen. Den Kopf habe ich schon so ansatzweise fertig. Die Beine fehlen noch komplett. Haha. Ja. Aber ich habe mir dann überlegt, dass ich dann vielleicht ein bisschen streame. Irgendwie. Und ich habe auch überlegt, dass ich vielleicht das mal so ausprobiere. Direkt von der Playsia zu streamen. Also Playsia 4. Ich wollte ein bisschen... Äh. Dying Light vielleicht zocken. Halt nur so ein bisschen. So, weiß ich nicht. Zwei, drei Stunden oder so. Nichts richtiges. Ich denke mal, wenn ich, ähm... Wenn ich Ferien habe, dauert noch... Sechs Wochen. Ähm. Dann werde ich auch unter der Woche ein bisschen streamen. Aber halt so kleine Sachen. Und zum Beispiel... Äh. Zum Beispiel das. Oder vielleicht auch... Ich kann jetzt keinen nächsten Rülps machen. Äh. Nee, aber... Ähm. Vielleicht ein bisschen CS oder Dota oder so. Weil mein Sportlehrer hat mich letztes wieder auf Dota gebracht. Ganz schlimm. Ich habe seit acht Monaten oder so keinen Dota mehr gezockt. Weiß nicht. Der hat mich irgendwie gefragt, ob ich eine Zockerin wäre. Weil ich irgendwas gesagt habe. Da habe ich gesagt, mh... Und dann habe ich mir gedacht, komm, kannst du ja eigentlich noch mal Dota zocken. Ich bin so viel am Brabbeln, ne? Mein Vogelteam hat verloren. Ja, hat es. Nee, ich wechsle jetzt. Das mache ich bei der nächsten Aufnahme. Ich will jetzt wenigstens in dieses komische Kaff noch kommen. Also mitten auf dem Weg abspeichern ist auch ein bisschen doof. Oh ja, fünf Pokémons hat die. Ein Taubsi. Ich habe aber einen Tauboss. Das ist viel bosshafter. Und das frisst auch keinen Salat, wovon der Bizeps schrumpft. Ich habe ihn mit dir gespuckt. Lass die Saugigkeit singen. Wie... Das ging daneben. Wie... Das ging daneben. Komm, hör mal auf mit deinem Ruckzuck. Ruckzuck Hief. Ruckzuck Hief. ein mauzi und dann können wir gleich wieder zeug aufsammeln geld und so wenn es mich dann angreift eine radfratz immer alles macht dann las ich glaube der day fliegt ziemlich weit hinten im level und ich glaube auch der dennis ich habe letztens irgendwann mal gesagt dass dennis wieder führender ist und haupt sie wenn wir gleich in der stadt sind muss ich ins pokémon center pokémon aufladen und meine kramtasche mal herr machen auch kommen ruckzuck habe ich den ruckzuck lieb überhaupt nicht weiß gar nicht noch mauzi ist jetzt snobelig hat oder snobelig hat die weiterentwicklung von mauzi mauzi hat auf jeden fall noch nur komische weiterentwicklung ich weiß jetzt nicht mehr welche das genau war ja wir haben die fahrtfinderin besiegt oh ich habe verloren ja das war's was ist das denn was oder ein reichen norden stille brücke ich versuche hier durchzumogeln meine niedlichen pokémon möchten dich gerne kennenlernen ich zeig dir mal einen echten rasen ein taub sie ein taub sie ich kann ja nur mit dem kopf schütteln zahltag heißt sie glaube ich die attacke wo geld aus dem pokémon rauspratzelt oder so ne ich will nicht tauschen es ist ein ne das das heißt bis level 50 gehorcht mir die pokémon ach so ich habe keine ap mehr das ist jetzt das erste mal dass das passiert oder ich meine schon dass das das erste mal war ein taubo gar wie viel das abzieht schon die hälfte oder so ja sind nicht die hälfte bisschen mehr sogar was das war irgendwie tief volltreffer ich bin jetzt schon 21 minuten aufnehmen wow du hast mit leichtigkeit gewonnen ja habe ich auch wo bin ich jetzt gerade überhaupt auf der karte könnte ich vielleicht abschätzen wo ich hin muss da links nach man ja dumm spacken lass mich alle in ruhe meine vogel pokémon begleiten mich immer aber ich glaube hier sind noch einige mehr von denen hansys äh ach ja ein ein vogel pokémon ey ich muss mal hier gerade tauschen nein ich will nicht fliehen boah ich glaube denn es war gegen vogel pokémon ganz gut was für mich aber keinen sinn irgendwie gemacht hat irgendwie so glaube ich donna blitz und dann ist es 35 weil denn es hat irgendwie im vergleich zu anderen pokémon voll wenig energie und dann ist das ich will nicht tauschen nein ich will nicht tauschen Donnerblitz Töte es es muss ganz viel Schmerzen da leiden du 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 hr 1 die tag das coal ist ein großes den Ach genau, was ich auch noch erzählen kann. Wir sollten letztens in Sozi, ich erzähle so viel von der Schule, in Sozi sollten wir so Aktienkurse-Dinger raussuchen. Und bei Thyssenkrupp war das, glaube ich, musste sich eine andere Börse auswählen, weil da irgendwie nichts angezeigt wurde. Und da gibt es zur Auswahl die Börse lang und schwarz. Da habe ich mir auch gedacht so. Ja. Was? Aber hier gibt es noch... Ich will aber auch kein API Plus haben. Ja gut, aber... Ich will hier schon vier, zum Beispiel, nur noch aufnehmen. Ich stelle mich mal... Ich stelle mich hier hin. Und dann weiß ich, dass ich... Hoffentlich, dass ich das nächste Mal da rechts und da oben gehen muss. Aufnehmen werde ich... Ich weiß nicht, was ich mit morgen muss noch etik Plakat machen. Übermorgen oder Donnerstag. Also spätestens Donnerstag werde ich wieder aufnehmen. Also Donnerstag auf jeden Fall. Ja, dann hoffe ich, dass euch die heutige kurze Aufnahme, chaotische Aufnahme gefallen hat. Und ja, hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!